hallo 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 ich guck dir ganz nah ins auge ganz nah ins auge, ins auge stimmt gar nicht du hast was gesagt, ich bin weggegangen ich bin zurückgekommen ich dachte ich bin vigilante, bin ich aber gar nicht oh schade na gut, viel glück beim nächsten mal danke die faule ich ich hab das essen gemacht ist das vegan? hallo ne nur vegetarisch du bist hallo hallo oh ja ja und dann hast du nicht reportet automatisch hä einfach bloß gelaufen ja vielleicht bist du an der leiche entlang gelaufen und ich halt bisschen weiter unten drunter oder drüber oder weiß ich nicht wo ich weiß ja nicht wo die leiche ist irgendwo da am teppich schätze ich jetzt einfach mal hm ja ist das richtig Knechti? ja ja wir sind uns da gerade begegnet und Knechti reported deswegen wundert es mich gerade so hä? da lag doch aber nix ich wollte gerade sagen der raum ist aber doch ein bisschen größer ja wenn der vielleicht ein bisschen weiter oben lag ja dann bin ich da vielleicht nicht reingelaufen oder so wie ist denn das mit dem licht und professionals also wie weit ist die range zum reporten von professionals meinst du dass sie kleiner ist? wenn die range höher ist als die sichtweise ist das oben ah ich habe keine leiche gesehen wie gesagt keine ahnung ich glaube gar nicht dass die range vom professional report gar nicht so groß ist also dann würde das alles passen für mich im kopf wo bist denn du eigentlich hergekommen items als du auf dem weg zum licht warst ich war unten am schachbrett gerade beim licht mhm und davor aus dem speisesaal oben mhm also bist du über den teppich gegangen wo Dalu stand oh ja da stand Dalu? ist Dalu nicht tot? hä wieso werde ich denn jetzt gewordet? Dalu ist tot na so du meinst ich habe ihn getötet das wäre ne gute Idee regst du dich jetzt darüber auch vor allem? ja ich weiß nicht wieso ich gewordet werde ich reg mich nicht auf ich frage ich bin jetzt schon wieder böse weil ich frage warum ich ah ist okay da unten liegt ne Dodo leiche glaube ich da unten liegt ne Dodo leiche? ja die da das muss ne Dodo kill gewesen sein mhm ja Ninja haben wir ja nicht wer war denn alles beim licht deswegen wollte ich zum licht weil ich mir dachte dass die meisten dort sind Kondran? äh weiter weil ich wissen wollte wer ähm von euch der Dodo sein könnte oder nicht? das heißt Knechti, Items, Vlesk, Juli, Maxi ist unwahrscheinlich weil er gewonnen hat wir sind ja nicht der Dodo ja ne na ok wir sind nicht der Dodo Vlesk war bei mir ok dann Knechti oder Juli ich hab grade Essen ausgeteilt und Items hat es nicht gefixt oder Maxi aber eher Knechti oder Juli ne das Licht hab ich nicht gefixt ich hab ne Gerne angemacht gelegt Knechti oder Juli sind dann für mich Dodo so ausschlussprinzip mäßig Knechti ist noch davor kurz in meinem Radius so gesehen ich war unten rechts da das Kissen auskloppt dann bin ich hochgegangen da kam Knechti mir kurz noch entgegen aber das dann müsste ich die also er stand da halt noch also es könnte hm wie sieht das eigentlich hier mit mit der Party Party Endeguse Dingskirchen aus? wir müssen sagen wir mal erfahren was Vlesk heute geiles zu essen hatte achso immer wenn der das sagt dann klingt das so fancy ja ja Vlesk hat halt auch einfach geiles Essen oh oh der klang sehr normal grade Shepard ja hab mich verkligen dafür bot ich dich jetzt Upsi sorry na Upsi gibt's hier nicht du musst das jetzt lernen jetzt fliegst du raus dafür Hala ist schon wieder ganz schön aggressiv meint ihr nicht? ja total ganz schön aggressiv von Hala her das ist nicht genauso aber sprech sie nicht drauf an sonst wird sie wüten es kann auch einfach nur sagen so hey ich war's nicht und ich werd für aggressiv gehalten also ja das weiß ich nicht Moment Moment mein Name ist Hala und ich habe einen Lerneffekt erzeugt ja 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 Ja, ich bin total böse. Ganz schlimm. Ich hab Shepard rausgeworden. Ich kann nicht über das Klo pümpeln. Das ist super schwer, man, weißt du? Ja, die Animation ist mega kacke immer. Kacke übern Pümpeln. Kacke. Oh, jetzt Tür zu. Wie lang gehen die? Wie lang sind die zu? No? Oh. Nicht Jolie. Unten in der Eingangshalle wieder. Nicht Jolie. Am Teppich. Wir können den nur Jolie töten. So, Kundaran hat ihn aber gerade noch. Der ist gerade mit mir noch in der Küche eingesperrt gewesen. Er ist dann aber hochgelaufen. Ich wollte jetzt nicht mit ihm da reinlaufen zum Feuer. Die Angst hatte, da könnte ein Killer sein. Und war anscheinend richtig. Am Feuer waren super viele. Ich glaub, wir waren alle in der Küche. Wir waren, glaub ich, alle da drin, ja. Ich war im Garten eingesperrt. Da, wo der Brunnen ist. Eher ausgesperrt. Ach, im Mittelhof meinst du? Genau. Oh, das könnte aber passen mit Jolie. No. Aber Jolie. Warum Jolie? Warum Jolie? Ja, warum denn Holla? Ich weiß es nicht. Sie würde Jolie niemals töten. Holla sagt das sehr aggressiv, dass sie Jolie tot haben. Ja. Warum beschuldigt ihr mich immer wegen Jolie? Das ist unfair. Es wurde jetzt... Ich bin Bodysynist. Also ich muss... Das würde eher knechtig passen. Das würde halt eher zu dir passen, weil du da im Garten rumläufst noch. Weil die Türen sind ja gar nicht mal so lange jetzt wieder auf. Ah. Und die Leiche ist halt unten direkt an der Gartentür zum... Also raus zum Garten. Die Frage ist, reicht uns das? Ah. Mein Shepard ist gerade geflogen. Ich weiß nicht, ob Shepard irgendwas war, aber... Das war ein Lerneffekt. Der klickt an und in den Screen hat er Pest gehabt. Das war wahrscheinlich, weil hier noch sehr viele Böse sind, ja. Mal halt das Bauchgefühl. Nein. Natürlich. Das ist kein gutes Bauchgefühl, glaube ich. Meinst du? Das war... Das war zu... Fast zu... Maxi? Maxi? Maxi, wer glaubst du ist es? Nee, nee. Herr, was denn? Ich will doch nur mit dir reden. Ich bleib auch stehen. Es... also... Lass uns reden. Da, da. Okay. Ich will nur reden. Also ich bin's nicht. Ich bin safe. Ich hab gesagt... Keine Ahnung. Ich hab auch was. Ich bin halt in ihm mit dir. Und ne, ich bin mit ihm. Ich bin aber sicher nicht mit dir. Ich bin mit ihm mit dirlebt und in ihm mit ihm mit dir zugrecken. Hätten wir noch machen können. Ach, der Holler war doof. Auf einmal gehen sie hier mit den Tasks an.